Hallo da draußen, willkommen zu einem neuen Video bei Turner und das ist der Mero, ich bin der Alex und wir spielen heute gegeneinander Versus und zwar mit dem Thema Retro Games. Ah, da sind wir in unserer Sitzecke und wir spielen jetzt gegeneinander Versus mit dem Thema Retro Games. Genau, ich habe das noch nie gemacht. Darf ich Einspruch erheben, wenn du irgendeinen Mist laberst? So ähnlich. Jeder von uns bekommt jeweils maximal zwei Minuten Zeit und mit dieser wunderschönen Stoppuhr, beziehungsweise auch aus dem Schach bekannten Uhr, können wir die Zeit stoppen, beziehungsweise weiterlaufen lassen für den jeweils anderen. Und in der Zeit, in der die Zeit läuft, haben wir die Möglichkeit zu argumentieren, da du gegen, also contra Retro Gaming bist und ich pro Retro Gaming bin, müssen wir uns jeweils argumentieren. Das heißt, ich habe ein Zeitkonto und ich muss damit haushalten und dann, okay. Ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Okay. So, zwei Minuten sind eingestellt, ich drücke dann auf Play und deine Zeit läuft zuerst, weil der Hebel hoch ist und sobald du ihn runterdrückst, läuft meine Zeit. Okay. Drei, zwei, eins. Bei mir ist es genau wie bei Musik, ich kann mir nicht immer die gleichen Kram immer und immer wieder geben. Ich möchte Progression sehen, ich möchte Fortschritt erleben. Deswegen finde ich Retro Games langweilig, weil das haben wir alle schon erlebt. Ah, super, ein schönes Argument, Herr See. Ich denke, bei Retro Games ist es tatsächlich in erster Linie wichtig, gerade in der Moderne, dass die kommende und folgende Generation weiß, wo Dinge herkommen. Also, dass dieser Ursprung, diese Wurzel immer aufrechterhalten wird, damit sie verstehen und wissen, warum das, was jetzt alles ist, so ist, wie es ist. Gut, also siehst du das eher so als Lehrmittel an. Okay, das sehe ich ein, aber ich weiß nicht, das ist nichts, was mich als Gamer konkret selbst betrifft. Ich möchte, dass Neues sichtbar wird, dass ich nicht den alten Kram nochmal erleben muss. Und ich muss auch sagen, Spiele wurden damals früher ganz anders entwickelt als heute. Früher wurden Spiele deswegen zum Beispiel so schwer gemacht, damit du am Automaten immer wieder Geld reinsteckst. Deswegen sind so Metroid-Sachen überhaupt entstanden. Heutzutage ist das Quatsch, heutzutage haben wir eine ganz andere Technik, ganz anderes Setup, deswegen brauchen wir auch andere Spiele. Du machst so viele Themen auf einmal auf. Also, mit der Schwierigkeit bin ich, glaube ich, nur halb bei dir. Also, ja, wahrscheinlich waren sie schwieriger vorher, aber du solltest dich ja auch sehr viel mehr mit den Games auseinandersetzen. Und das war ja auch das, was damals mehr gezählt hat. Eher Gameplay als Grafik, weil grafische Möglichkeiten, so wie heute, um viele zu kaschieren, gab es nicht. Die mussten sich ja viel ausdenken, damit war sehr viel mehr Handarbeit drin, damit war sehr viel mehr Verständnis für das Spiel oder den Inhalt, den sie erzählen wollten drin. Und wenn man nämlich jetzt rückblickend unterschiedliche Spiele spielt, dann merkst du auch, viele sind sehr gut gealtert, weil sie eben damals schon Inhalte hatten, die eben altern können und zeitlos sein können. Würdest du heute gewisse Spiele haben, die auch sehr viel auf Grafik aufbauen, ist das so, oh mein Gott, nach einem Jahr Battlefield, äh, keine Progression, immer das Gleiche. Jedes Jahr eine neue Nummer, aber same shit in dem Game. Das ist ja eben so ein bisschen die Frage, was zählt denn als Retro-Game? Ein Spiel, was Retro-Grafik hat oder ein Spiel, was von früher ist? Denn es gibt natürlich viele neue Spiele in, sagen wir mal, 2D-Pixel-Grafik, die nur deswegen so sind, weil Indie-Programmierer nicht so viel Geld haben, krasse Grafiken zu erstellen. Und sich deswegen mehr trauen können, weil sie halt nicht den Druck vom Publisher haben. Und deswegen finde ich das völlig okay, wenn die Grafik ist, wenn es so aussieht, also auch technisch nicht ganz so anspruchsvoll ist. Es geht eher um die Idee dahinter. Und bei Retro-Games ist es aber oft so, dass die Ideen sehr simpel sind und das gefällt mir einfach nicht, weil ich jetzt schon so viel anderes gesehen habe. Aber das ist ja das Schöne bei Retro-Games, auch mit diesem Thema Zeitlosigkeit, dass du eben alte Games, die früher, nehmen wir mal ein Beispiel, wir können ja auch über moderne Retro-Games reden, also Indie-Moderne portieren. Age of Empires, also wenn wir jetzt von 90er-Games reden, sind das ja auch schon fast wieder 30 Jahre. Das wurde dann neu aufgelegt als HD-Remaster. Es ist ja das ursprüngliche Game, nur eben jetzt angepasst für die großen Bildschirme. Und das ist auch generell, glaube ich, in Ordnung, also meiner Meinung nach völlig in Ordnung, wenn man auch Konsolen, wie zum Beispiel Analog NT hat, wo alte Games, so wie sie sind, bleiben, aber dann eben durch moderne Technik auch modern genutzt werden kann, und damit auch da wieder Verständnis bleiben kann, beziehungsweise das Erlebnis bleiben kann, von einer neuen Generation sich mit der alten zusammenschließen kann. Also Retro ist halt ja nicht nur ein altes Game, sondern ein altes Gefühl, eine moderne zu transportieren. Oh Gott! Also alte Gefühle brauche ich nicht, ich habe gerne neue Gefühle. Und möchte deswegen, wie gesagt, gerne, dass neue Ideen in die Spiele reinkommen. Und die Spiele waren früher, einfach weil Videospiele noch so neu waren, noch nicht so ausgefeilt. Es konnte doch nicht so viel sich getraut werden. Und das ist das, worum es mir geht. Klar kann ein Spiel alt aussehen, wenn sich mehr getraut wird. Wenn es aber wieder nur ein Plattformer ist, wo ich über irgendwelche Pilze rüberspringen muss, beziehungsweise irgendwelche Münzen einsammeln muss, ohne dass da eine irgendwie raffinierte Idee hintersteckt, dann bringt es mir einfach nichts. Es geht mir nicht nur um die krasse Grafik, es geht mir aber auch darum, dass ich natürlich meinen Fernseher, den ich mir gekauft habe, auch irgendwie nutzen möchte. Und ein altes, keine Ahnung, scheißes Signal sieht darauf kacke aus. So, alte Spiele hatten immer mehr Easter Eggs. Ich weiß nicht, ich weiß. Wieso piept denn dieses Ding nicht? Ach, weil das so eine Retro-Uhr ist, die kann halt nichts. Mann. Neu Sekunden, schade. Tja, wer hat denn mehr Recht oder weniger Recht? Ich glaube, das ist am Ende die Entscheidung von einer höheren Macht. Schreibt uns auf dem Community-Tab oder in die Kommentare, auf wessen Seite ihr seid. Also wen ihr besser findet, könnt ihr auch gerne schreiben. Warum geht es euch jetzt hier nicht insofern? Wer gewonnen hat, wer hat die schöneren Haare. Ich glaube, das ist ein paar Mal,